Wir stehen im Pokalviertelfinale, haben noch zwei Spiele, dann würden wir im Finale stehen. Und deswegen völlig egal, welcher Gegner jetzt, ob heim, ob auswärts, ob Leipzig oder ob es ein Viertelgis geworden wäre. Die Herangehensweise ist klar, wir wollen in das Halbfinale einziehen. Deswegen brauchen wir Leistung an der absolut obersten Grenze von uns. Und wieder mal das Schöne ist, wir sehen uns dazu in der Lage und fahren mit großer Vorfreude dann am Mittwochvormittag nach Leipzig und werden alles raushauen, was wir haben. Diese Mannschaft bildet einfach meiner Meinung nach alles ab, was es braucht. Trotzdem haben wir in vier Pflichtspielen, seit ich hier bin, dreimal unentschieden gespielt. Und jetzt wollen wir auch den ersten Sieg feiern. Es sind jetzt immer noch drei Mannschaften dabei, die im aktuellen Champions-League-Achtelfinale stehen, mit Leipzig, Gladbach und Dortmund. Auch hier Werder Bremen ist noch mit drin, Kiel hat gezeigt. Das sind zwar jetzt vom Namen Underdogs, aber sie haben nicht nur die Bayern geschlagen, sondern auch andere sehr, sehr gute Mannschaften. Pokal ist all or nothing, sage ich immer zu den Spielern. Und ja, wir wollen all.